Volkswagen Golf ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 156.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Kombi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, ISOFIX, Kindersichtsbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 140 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF, 2020